So, Harry sagt guten Tag heute am 11.05.2017. Wir haben 27 Grad, jetzt um 10 Uhr und 18 Minuten. Bisschen Wind, ein bisschen Wellen und fast keine Wolken. Und wenn Sie gerne hier Urlaub machen möchten oder wohnen, dann gucken Sie auf die Webseite www.check7x24.com. Untertitelung des ZDF, 2020 so und mit diesen bildern verabschieden wir uns und wünschen einen schönen tag